Meine Damen und Herren, der ICE nach Frankfurt-Main fährt abweichend am Bahnsteig gegenüber ein. Die Abfahrt dieses Zuges war 14.02 Uhr, obwohl das war sie nicht, denn es ist ja schon halb drei. Bei uns läuft leider oft das meiste anders, als man denkt. Wir haben die Waggons heute falschrum angehängt. Die Wagenreihung ist genau das Gegenteil vom Plan. Thank you for traveling, Westdeutsche Bahn. Meine Damen und Herren, es ist Ihr Zugchef, der hier spricht. Ganz normal zu sprechen, beherrsch ich leider nicht. Trotzdem kriegen Sie den Service, den man von uns kennt. Erst Deutsch und dann auf Englisch, mit heftigem Akzent. Erstmal will ich, ohne meinen Ekel zu verhehlen, Ihnen das Angebot aus unserem Bordbistro empfehlen. Leberkäse und Softdrink für 7,10 Euro. Vorher ganz viel Spaß beim in der Schlange stehen. Meine Damen, meine Herren, danke, dass Sie mit uns reisen. Zu abgefahrenen Preisen, auf abgefahrenen Gleisen. Für Ihre Leidensfähigkeit danken wir spontan. Thank you for traveling, Westdeutsche Bahn. Meine Damen und Herren, dass es grad nicht weiter geht, liegt an einer Kuh, die auf den Schienen steht. Aber bitte, bitte, behalten Sie uns lieb. Wir waren halt einfach viel zu lang ein Staatsbetrieb. Sollten Sie im Lauf der Fahrt mal das PC benutzen, würden wir empfehlen, dass Sie das vorher selber putzen. Verwenden Sie am besten eine Flasche Sacrotan. Thank you for traveling, Westdeutsche Bahn. Meine Damen, meine Herren, danke, dass Sie mit uns reisen. Zu abgefahrenen Preisen, auf abgefahrenen Gleisen. Für Ihre Leidensfähigkeit danken wir spontan. Thank you for traveling, Westdeutsche Bahn. Meine Damen und Herren, weil die meistens keiner checkt, sind bei uns ständig alle Heizungen defekt. Ansonsten stehen für Sie Klimaanlagen parat. Doch die funktionieren nur bis 32 Grad. Wir haben ne Theorie, doch es fehlt noch der Beweis. Im Winter wird es kalt und im Sommer wird es heiß. Erleben Sie bei uns Kälte, Schock und Fieberwahn. Thank you for traveling, Westdeutsche Bahn. Meine Damen, meine Herren, danke, dass Sie mit uns reisen. Zu abgefahrenen Preisen, auf abgefahrenen Gleisen. Für Ihre Leidensfähigkeit danken wir spontan. Thank you for traveling, Westdeutsche Bahn. Meine Damen und Herren, der ICE nach Frankfurt Main.